Was ist das Besondere an unserem Team, würde ich sagen, ist, dass wir wirklich sehr interdisziplinär sind, kommen aus verschiedenen Richtungen. Vom Astrophysiker über einen VWLer bis zu einem Doktor der Mikrobiologie. Ich selbst bin Wirtschaftsgeografin. Wir machen Data Science und es ist eine Fachrichtung, die man aktuell noch nicht wirklich studieren kann. Das heißt, wir rekrutieren Mitarbeiter aus den verschiedensten Studienrichtungen, die natürlich schon auch viel mit Daten und Mathematik zu tun haben. Der Spirit des Teams ist eigentlich sehr einfach zu beschreiben. Entdecken, umsetzen und Dinge besser machen. Den Valitonsbild machen für mich vor allem die Kollegen aus, die alle sehr smart sind, motiviert und wirklich was bewegen hier. Im E-Commerce-Bereich arbeiten wir an der Kundensegmentierung, wo wir eben mittels Machine Learning Clustering-Verfahren verschiedene Kundensegmente identifizieren können und auch Wiederkaufswahrscheinlichkeit prädikten. Nächstes Projekt wäre aus dem Bereich Natural Language Processing, wo wir Kundenbewertungen analysieren können und semantisch durchsuchbar machen. Selbstverständlich sind wir frei in der Auswahl unserer Tools. Wir nehmen das, was für den jeweiligen Zweck am besten ist und können auch selbstständig entscheiden, was am besten ist. Es gibt bei uns die Möglichkeit, auch Weiterbildungen zu machen. Da unterstützt die Firma. Ich persönlich habe jetzt geplant, bei Udacity eine Fortbildung zu machen im Bereich Machine Learning. Wir machen auch In-House-Trainings, wo wir uns einen Experten reinholen, der dann beispielsweise in ein, zwei Tagen on Blocks ein Coding-Dojo macht, um dann zum Beispiel spezielle Python-Libraries vorzustellen oder Technologien, mit denen wir noch nicht direkt gearbeitet haben. Sehr schön ist, dass wir bei Valiton auch die Flexibilität haben, jederzeit aus dem Homeoffice zu arbeiten. Die Anfangszeiten sind flexibel und auch die Endzeiten sind flexibel. Wir haben natürlich Kernarbeitszeiten, in denen wir uns einfach treffen können, um auch Dinge zu diskutieren. Man sollte sich bei Valiton bewerben, wenn man Spaß hat an neuen Technologien, wenn man neugierig ist und neue Dinge ausprobieren möchte. Das agile Arbeiten und die Flexibilität eines Start-ups zu schätzen weist, aber gleichzeitig auch die Sicherheit, die ein großer Konzern wie Hubert Burda bietet. Auf Wiedersehen. T Airport pickneter Art. T tid板isches Bauen vom Tier mit Helfer-Trainings, da animal K�arr-Trainings sampad WUH. I mussculate, die E pra안� noted. Wir sollten das低我们, der erste Ärzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.